ARD Text im Auftrag des ZDF Männer, es sieht nicht gut aus. Ich bin für jeden Vorschlag dankbar. Mehr hast du nicht drauf! Aber wenn du durch die Tür gehst, bist du ein Avenger. Dieser Ort wird echt immer verrückter. Schwachsinniges Gelaber! Ihr habt keine Ahnung, was wird... Hey, Ork! Niemand mag schlechte Verlierer!